So, ab jetzt ist es Ihres. Das ist Ihr Paket. Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was halt innen drin ist und kann nicht das irgendwelche Zahlen, dass es nach Hause billig verkehrt ist? Nein, das müssen Sie hier mitnehmen. Sie dürfen am Flughafen ja auch nicht einfach so Ihr Gepäck stehen lassen. Nein, nein, darf ich nicht, ja. 310 Kilo hat das, will ich Ihnen nur sagen. Machen Sie einen Witz? Ich mache keine Witze. Allgemein oder jetzt nicht? Wissen Sie, bei uns sind Witze während der Arbeitszeit nicht erlaubt.